die neuen feen sehen ja interessant aussage ich meine da hinten ist ich habe ein Schwein gehört ich werde ich jetzt langsam irre oder was ja ich sehe dich doch komm her komm ran ja 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 komm ran komm kann ich helfe dir du bleibst weg der hat mich gar nicht gesehen oh herzinfarkt alter warum tue ich mir das freiwillig an kann mir das mal einer verraten und gleich stürzt mich hier eine runter und ich war voll in die lava aber dann wäre es zumindest vorbei warum habe ich denn eigentlich gerade so angst es handelt sich hier nur um ein spiel um ein ganz normales spiel nicht mehr nicht weniger was meine zweite man bleibt mir vom hals da hinten auch schon wieder ein spawner von blauen spin nein da sage ich definitiv nein und wir haben auch kein holz mehr scheiße muss ich hier was kurz was so da sind wir wieder meinen anzeigen treiber hatte gerade irgendwie einen komischen fehler ich weiß ich keine ahnung jedenfalls ja ist mir die aufnahme irgendwie gerade abgestürzt und wir müssen jetzt mal gucken wo wir jetzt genau jetzt wieder sind also wir befinden uns hier wo wir gerade wo die aufnahme gerade abgestürzt ist und ich hatte gesehen wir hatten doch noch eine achsen unserem inventar gut dann werde ich ja nicht lange wir sind aber unter uns ja wir haben immer noch friedlich gut da brauche ich ja nicht nervös zu sein da wieder los ist keine ahnung ist auch klar und sagt wann das auch wieder ist ich weiß es nicht dann noch einmal frames gibt es dazu mann sowas so dann klatschen wir uns meine werkbank hier hin noch einmal da hin und dann ja da hin und eisenbarren ne quatsch ich wollte ne das wollte ich machen eine eisenspitzhacke so dann hatten wir auch noch irgendwie noch ein schwert im inventar das feuerstein und hast du nicht gesehen mensch so dann zerstören wir einmal kurz den spin spawner und danach geht es regulär weiter weil mit allem kann ich zurecht werden aber bei den spin spawner und da krieg ich die kräfte da werde ich da möchte keiner dabei sein was passiert so tschüss mit dir und dann geht es normal jetzt weiter aber hier befindet sich eine sackgasse das ist schon mal verschwinde lass mich los da geht es hoch aber nicht sehr weit hoch aber da ist eh nichts spannendes und sofort habe ich wieder ein beschissenes gefühl so hier sind wir wieder wir können also jederzeit bestimmt zum ausgang das ist überhaupt bestimmt kein problem so hier haben wir kohle ach das gibt weißt du was ich sag schon bald gar nichts mehr irgendwo hat alles mal ein ende also monster außerhalb der höhle gerne innerhalb der hülle bin ich irgendwie überhaupt noch nicht bereit dafür fragt mich nicht warum so da hin dabei spinnen gekreischt oder krieg ich die kräfte da ist eine sackgasse da ist eisen ich mach trotzdem kurz mal wieder an was ist da was ist da was ist da was schnell fackel setzen weiter geht's zackgasse zackgasse gut 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 zackgasse gut